Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu den Anforderungen, die wir an GOB Exklusivmarken stellen, gehört auch eine klare Deklaration. Die Packung soll sie ganz eindeutig über den Inhalt und über das Produkt informieren und ihnen den Kaufentscheid erleichtern. Auch für GOB Heimtextilien ist darum vor kurzem ein neues Verpackungskonzept entwickelt worden, mit entsprechenden Piktogrammen, die es erlauben, dass man die einzelnen Materialien besser unterscheiden kann. Die Geschmeidigkeit und der Glanz des Satins wird durch die stilisierte Sternblumenblüte symbolisiert. Beim Jersey stellt ein fliegender Vogel die Beweglichkeit und die Weichheit des fliessenden Gewebes dar. Ein Schmetterling zeigt die Vielfalt des Dessins, die leuchtenden Farben und die Leichtigkeit des Gautons. Und als Sinnbild für Wasser und Meer gibt den Muscheln den Hinweis auf saugfähige und kuschelige Frottee für den Badzimmerbereich. Dank diesem neuen und übersichtlichen Verpackungskonzept hat man bei uns beim Einkaufen von Bettgarnituren, Fixlinntüchern oder Frotteewäsche fürs Bad ab sofort also nicht mehr die Qual, sondern das Vergnügen der Wahl. Mehrmals habe ich Ihnen an dieser Stelle die Gob NaturaLine Kollektion Textilien aus 100% handpflückter indischer Biobaumwolle vorstellen können. Gob NaturaLine aus dem Förderprojekt Maikal wird vom Anbau bis zum fertigen Produkt umweltgerecht verarbeitet. Bleicht mit Sauerstoff oder gefärbt mit schwermetallfreien Textilfarben. Und weil auch keine Formaldehütte zum Einsatz kommt, können wir für besonders gute Hautverträglichkeit garantieren. Nach der Unterwäsche und der Freizeitbekleidung offerieren wir Ihnen für mehr Komfort jetzt also auch Heimtextilien aus hochwertiger Biobaumwolle. Und derart wohlig weich mit Natur allein frottiert, macht dann auch das Baden wieder enorm viel Spass. Zuerst empfehle ich Ihnen aber noch einen Blick ins Markenfenster mit unterhaltsamen Spots. Zuerst empfehle ich Ihnen an die Zeit und an die Menschen, die immer das Beste für mich wollen. Vieles ändert sich, aber das Beste bleibt. Jakobs Medaidor mit dem Verwöhneroma. Das Beste bleibt. Und? So muss Schocki sein. So muss Schocki sein. Edli Kackosorte, gute Schweizer Milch und knackige Nüsse braucht es für die Herstellung einer feinen Schocki. Dazu viel Fachwissen vom Confiseur und ein Schuss Perfektion bei der Produktion. Eigentlich ganz einfaches Rezept, wenn man es könnte. Kennen Sie diese Schocki? Sicher eine der grossen Schweizer Mann. Richtig, Arnie Foucault. Produkte aus biologischer Herkunft kommen Sie in unseren Läden seit ein paar Jahren in einer grossen Vielfalt unter den Vertrauensmarken Naturaplan über. Auch beim Brot haben Sie die Wahl zwischen mehreren Sorten aus Getreide, das im Einklang mit der Natur angebaut wurde. Eines davon braucht Armin Amrein heute für sein Rezept. Grüezi miteinander. Wegen dem kräftigen Geschmack habe ich das Bio Vollkornbrot ausgesucht. Es passt wunderbar zum Greyerzer, den ich für meine Malenkopf an einer Traubenminigrette brauche. Milch, geriebenen Greyerzer, ein Ei, wenig Kirsch, Mehl, Pfeffer, gehackten Knoblauch und ein wenig Backpulver zusammen vermischen und ca. 2 cm dick auf das Rund ausgeschlossene Vollkornbrot streichen. Dann in der Frittür rausbacken, bis es die kegelförmigen Malenkopf gibt. Schalottenwürfel, Öl, Essig und Scherri zu einer Winigrette verrühren und mit Salz, Pfeffer und einer Preise Zucker abschmecken. Gemischte Trauben entkernen und vierteln und mit gehackten Baumnüsse als Einlage dazugeben. Jetzt die Winigrette in die Mitte vom Teller verteilen und die Malenkopf von Grüehr drauf platzieren. Wenn Sie das Rezept lustig gemacht haben, können Sie es wie immer in der Coop-Zeitung nachschlagen, und zwar auf der Seite mit den Aktionen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Seit 70 Jahren ist Radio TV Steiner der sichere Partner für Unterhaltungselektronik. Mit sagenhaften Angeboten und Preisen zum Jubilieren profitieren auch Sie vom Jubiläum. Ein Beispiel ist die HiFi-Anlage PMC212 von Sony, bestehend aus Tuner, Kassettedeck und CD-Player. Inklusive Zwei-Wägel-Lautsprecher und Fernbedienung offeriert in Radio TV Steiner das einzigartige Angebot 200 Fr. günstiger. Ebenfalls viel Geld sparen können Sie, wenn Sie unsere Extra-Hits beachten. Das sind alles Produkte, die Sie bestimmt gut brauchen können. Reginatruben aus Italien kosten per Kilo 1,80 Euro. Alle Sorten Gruyère sind per Kilo 4,50 Euro günstiger. Und Tempopapier-Nasttüchchen gibt es als 3 für 2 für 7,20 Euro. Natura-Line Frottierwäsche aus Biobaumwulle in verschiedenen Farben offerieren wir Ihnen ebenfalls günstiger. Das Handtuch z.B. für 7,90 Euro. Noch mehr profitieren können Sie ab Oktober mit der neuen Profitierkarte von GOB. GOB Profit Plus gilt beim täglichen Posten in allen GOB-Filialen, Warenhäusern, Bau- und Hobbymärkten in den GOB-Restaurants und bei den GOB-Partnerfirmen. Die neue GOB Profit Plus Karten kommen Sie ab sofort gratis über bei GOB Schweiz, Postfach 4091 Basel. Traumhafte Bettwäsche für eine erholsame und untrübte Nachtruhe durfte ich Ihnen heute im Hauptbeitrag vorstellen. Heute in einer Woche geht es dann eher süss zu und her beim Besuch in der Biscuitfabrik GOB. Ich darf mich bis dann von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.